Das bekannte Vergleichsportal Check24 bietet mit seiner eigens gegründeten Bank das C24-Konto in den Versionen Smart, Plus und Max. Wie gut ist das C24-Girokonto? In diesem Video zeigen wir dir alle wichtigen Konditionen, die Vorteile, aber auch die Nachteile. Außerdem stellen wir das kostenlose C24-Smart-Konto den kostenpflichtigen Modellen Plus und Max gegenüber. Wir sagen dir dann, ob sich das Upgrade auf die Premium-Versionen lohnt und wie du einige der Extras auch kostenlos bekommen kannst. Bleib also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gerne einen Daumen hoch da. Wir würden uns sehr freuen. Die C24-Bank GmbH hat eine deutsche Banklizenz. Das bedeutet, die Bank wird von der BaFin überwacht und es gibt die gesetzliche Einlagesicherung von bis zu 100.000 Euro je Kunde. Kommen wir zunächst zu den 12 Vorteilen des C24-Smart-Kontos. Anschließend zeigen wir dir die Nachteile sowie die zusätzlichen Vorteile der kostenpflichtigen Kontomodelle. Vorteil 1. Kostenlose Kontoführung Die Kontoführung ist beim C24-Smart-Konto bedingungslos kostenlos. Das heißt, sie ist nicht an einen monatlichen Mindestgeldergang, die aktive Nutzung oder ein Höchstalter gebunden. Vorteil 2. Kostenlose Mastercard Im Konto enthalten ist eine kostenlose Mastercard-Debit. Mit Debitkarten kann es Probleme mit der Akzeptanz bei Autovermietungen geben. Einige Mietwagenunternehmen akzeptieren nur echte Kreditkarten. Später im Video stellen wir dir eine echte Kreditkarte ohne Jahresgebühr vor, die du ideal mit deinem C24-Konto verbinden kannst und die noch weitere Nachteile des C24-Kontos ausgleicht. Vorteil 3. Cashback Mit dem C24-Konto erhältst du Cashback für deine Kartenzahlungen. In der kostenlosen Smart-Version sind das 0,05% bei jeder Zahlung mit der Mastercard und bis zu 2,5% Aktions-Cashback bei wechselnden Aktionen. Die Cashbacks erhältst du in Form von Punkten, die du dann in Geld tauschen kannst. Der Basis-Cashback ist mit 0,05% sehr gering. In der Beschreibung verlinken wir dir einige Cashback-Kreditkarten, bei der du mindestens das 10-fache und in vielen Fällen sogar das 20-fache erhältst. Das Aktions-Cashback kann sich aber lohnen, wenn du die Angebote der Aktionen sowieso nutzen würdest. Eine Übersicht der aktuellen Aktions-Cashbacks findest du unten in der Beschreibung. Der Cashback, den du bei C24 erhalten kannst, ist auf maximal 100 Euro pro Monat begrenzt. Vorteil 4. Kostenlos Bargeld abheben Beim Smart-Konto kannst du mit der Mastercard-Debit in der Eurozone bis zu 4x im Monat kostenlos Geld abheben. Voraussetzung ist hier allerdings, dass du das Konto aktiv führst. Das bedeutet, du musst mindestens 2 monatliche Lastschriften, z.B. für den Handyvertrag und die Stromrechnung einrichten. Ohne die beiden Lastschriften sind nur 2 monatliche Abhebungen gratis. In Ländern mit anderen Währungen als dem Euro fallen 1,75% zuzüglich 2 Euro an Gebühren an. Mit den Premium-Konten erweiterst du deine Möglichkeit noch etwas. Dazu gleich mehr. Vorteil 5. In Euro kostenlos bezahlen Auch bei Kartenzahlungen kannst du die Mastercard-Debit in der gesamten Eurozone kostenlos einsetzen. Mit dem Smart-Konto fallen für die Zahlungen in Fremdwährungen 1,75% Gebühren an. Diese lassen sich ebenfalls mit einem der C24 Premium-Konten und unserem Kreditkartentipp vermeiden. Vorteil Nummer 6. Bargeld einzahlen Wenn du Geld einzahlen möchtest, ist das bei Direktbanken immer etwas schwierig. C24 bietet dir hier die Möglichkeit, für 7,50 Euro je Einzahlung die Filialen der Reisebank zu nutzen. In den bezahlten Tarifen ist das einmal pro Jahr kostenlos. Wenn Bargeldeinzahlungen wichtig für dich sind, empfehlen wir dir das Norisbank-Konto, mit denen du beliebig oft kostenlos Geld einzahlen kannst. Alle Infos zum Konto findest du im Norisbank-Video auf unserem Kanal oder unter dem Link in der Beschreibung. Vorteil Nummer 7. Vertragserkennung und Optimierung Check24 ist ein Vergleichsportal und das spiegelt sich in der Vertragserkennung und Optimierung wider. Ein Feature, das kein anderes Konto in Deutschland bietet. Zahlungen für Abos und Verträge werden automatisch erkannt und du hast Vorschläge für günstigere Verträge und Anbieter. Vorteil 8. Multi-Banking-App In der App kannst du nicht nur deinen C24, sondern ganz einfach auch die Konten anderer Banken einbinden und an einem Ort verwalten. Vorteil 9. Mobiles Zahlen mit Google Pay und Apple Pay Mit C24 kannst du sowohl Apple Pay als auch Google Pay nutzen. Es ist also egal, ob du ein Apple iPhone oder ein Android-Smartphone nutzt. Durch die Nutzung von Apple Pay oder Google Pay fallen keine zusätzlichen Kosten für dich an. Vorteil 10. Kostenlose Unterkonten In der kostenlosen Version kannst du zwei Unterkonten, bei C24 Pockets genannt, anlegen. Mit ihnen kannst du auf verschiedene Ziele hinsparen. Den Pockets kannst du individuelle Namen geben, um so besser die Übersicht zu behalten. In den bezahlten Kontoversionen kannst du mehr Pockets anlegen und erhältst eine wichtige Zusatzfunktion. Dazu aber gleich mehr. Vorteil Nummer 11. Kostenloser Kontowechsel-Service C24 bietet dir einen einfachen automatisierten Wechsel-Service, bei dem du dein Konto auf Wunsch in nur 10 Minuten umziehen kannst. Die FinLeap Software erkennt nach der Anmeldung automatisch Daueraufträge, Einnahmen und Lastschriften auf deinem alten Konto und du kannst einfach wählen, welche auf dein neues Konto übertragen werden sollen. Deine persönlichen Daten werden dabei einfach aus deinen Kontoinformationen gezogen. Ganz bequem, ohne Papierkram. Vorteil 12. Günstiger Dispo Mit 6,99% effektivem Jahreszins ist der Dispo bei C24 sehr günstig. In der Smart-Version erhältst du einen Startrahmen von bis zu 400 Euro. Die Nachteile beim kostenlosen C24-Konto Wie bei jedem anderen Konto gibt es auch bei C24 Nachteile. Einige lassen sich durch die kostenpflichtigen Versionen des Kontos umgehen, zum Teil aber auch durch ergänzende kostenlose Produkte anderer Anbieter. Nachteil 1 Die Mastercard ist eine Debitkarte Bei der Mastercard handelt es sich um eine Debitkarte. Das kann bei einigen Autovermietungen zu Akzeptanzproblemen führen. Nachteil 2 Fremdwährungsgebühren In der kostenlosen Version fallen in Fremdwährungen beim Geldabheben 1,7% plus 2 Euro und beim Bezahlen 1,7% Fremdwährungsgebühren an. Gebührenfreie Auslandsabhebungen in anderen Währungen sind nur bei den kostenpflichtigen Konten C24 Plus und C24 Max, aber nicht beim kostenlosen Konto möglich. Kostenlose Zahlungen in Fremdwährungen sind erst ab dem C24 Max kostenlos. Eine sehr gute Ergänzung zum C24-Konto ist die Barclaycard Visa, die Du ohne Jahresgebühr bekommst. Sie bietet Dir unbegrenzt kostenlose Geldabhebungen und Kartenzahlungen in jeder Währung. Achte nur darauf, dass Du den monatlichen Abrechnungsbetrag jeden Monat voll bezahlst, so ist Dein genutzter Kreditrahmen bis zu 8 Wochen zinsfrei. In der Beschreibung findest Du den Link zu C24 sowie einen Link zur Barclaycard-Karte. Mit der gerade vorgestellten Barclaycard-Visa als Ergänzung kannst Du übrigens jeden Visa-Automaten zum Geldabheben nutzen. C24 Smart, C24 Plus und C24 Max im Vergleich Bevor wir zu der Frage kommen, ob und wenn ja, welches der drei C24 Konten sich lohnt, stellen wir Dir die Unterschiede einmal übersichtlich gegenüber. Monatliche Kontoführungsgebühren Smart 0 Euro Plus 5,90 Euro Max 9,90 Euro Mastercard Smart Debit Mastercard Plus World Debit Mastercard aus 5 Farben wählbar und Max World Elite Debit Mastercard aus 20 Gramm Metall Cashback Smart 0,05% Basis Cashback und bis zu 2,5% Aktionscashback Plus 0,1% Basis Cashback und bis zu 5% Aktionscashback und Max 0,2% Basis Cashback und bis zu 10% Aktionscashback Bei allen drei Konten ist der Cashback auf 100 Euro im Monat begrenzt. Dispo Smart 400 Euro Sofort Dispo Plus 600 Euro Sofort Dispo Max 800 Euro Sofort Dispo Der Dispo-Zins ist bonitätsabhängig und beträgt bei allen Konten 6,99% per Anum. Geld abheben Smart bis zu 4 kostenlose Abhebungen pro Monat in Eurozone Plus bis zu 6 kostenlose Abhebungen pro Monat weltweit Und Max bis zu 8 kostenlose Abhebungen pro Monat weltweit Bei nicht aktiver Nutzung sind nur jeweils 2 kostenlose Abhebungen pro Monat möglich. Jede weitere Abhebung kostet 2 Euro Kartenzahlungen Smart kostenlos in Eurozone Plus kostenlos in Eurozone Max kostenlos weltweit Geldeinzahlen über Reisebank Smart 7,50€ bzw. 15€ ab 5.000€ Plus 7,50€ bzw. 15€ ab 5.000€ einmal pro Jahr gratis Und Max 7,50€ bzw. 15€ ab 5.000€ einmal pro Jahr gratis Unterkonten Smart 4 kostenlose Pockets ohne eigene IBAN Plus 6 kostenlose Pockets mit eigener IBAN Und Max 8 kostenlose Pockets mit eigener IBAN Beim Max-Konto erhältst du außerdem eine kostenlose Mitgliedschaft im Check24 Reise Gold Club, die einen Reisekrankenschutz, einen Reiseunfallschutz sowie ein Hotelreiseschutzpaket enthält. Außerdem erhältst du doppelte Check24 Punkte bei Abschlüssen, die du für Rabatte oder Barauszahlungen nutzen kannst. Lohnt sich das C24 Girokonto? Interessant ist vor allem das kostenlose Smart-Konto von C24, das ohne weitere Bedingungen wie einer aktiven Nutzung oder eines Mindestgeldeingangs kostenlos geführt werden kann. Die Nachteile wie die Beschränkungen beim Geldabheben sowie die Fremdwährungsgebühren lassen sich leicht mit einer zusätzlichen kontounabhängigen Kreditkarte wie der in der Beschreibung verlinkten Barclay-Cut-Visa umgehen. Die kostenpflichtigen Konten sind interessant, wenn du Unterkonten mit eigenen IBANs benötigst. Ansonsten kannst du die wichtigsten zusätzlichen Vorteile durch andere Produkte ausgleichen. So bietet zum Beispiel das Max-Konto für 9,90 Euro monatlich lediglich 0,2% Cashback. Andere Cashback-Kreditkarten, die ohne Jahresgebühr angeboten werden, zahlen da deutlich mehr. In der Beschreibung verlinken wir dir eine Übersicht dieser Karten. Beim Aktions-Cashback muss man Glück haben, dass gerade das dabei ist, was man im Moment benötigt. Die kostenlosen Versicherungen sind zwar interessant, aber auch die bekommt man zum Teil auch mit kostenlosen Kreditkarten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Like da und abonniere den Kanal. Abonnieren ist kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.